Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Netzwerktechnik-Serie. Heute geht es weiter mit dem SSH-Protokoll und zwar wollen wir uns heute wirklich mit der Verschlüsselung nochmal ein bisschen beschäftigen, was da eigentlich alles für Algorithmen zustande kommen bzw. möglich sind. So, ja das Ganze ist relativ erschreckend, zumindest hat es mich erstmal ganz kurz erschreckt, als ich so gesehen habe, was für Algorithmen eigentlich unterstützt werden. Habe ich letztes Mal schon angedeutet, heute wollen wir uns erstmal kurz angucken, was wird da eigentlich unterstützt. Und zwar werden Algorithmen ausgetauscht für erstmal natürlich Schlüsselaustausch, Verschlüsselung, MAC und Komprimierung. Und ja, das ist relativ interessant, denn für den Schlüsselaustausch werden einfach nur die vier Helmen angeboten. Also es gibt wirklich nur diese beiden hier mit zwei verschiedenen Gruppen. Aber jedes Mal wird SheaOne verwendet. Es gibt keine andere Funktion außer SheaOne dabei. Zumindest im Standard ist keine andere drin. Ich habe den wirklich mir mal durchgelesen und das war schon ein bisschen interessant. Diese beiden Algorithmen stehen für Schlüsselaustausch zur Verfügung. Bei Verschlüsselung ist ein bisschen mehr, was zur Verfügung steht. Allerdings ist der 3DES immer noch verfügbar, was ich persönlich nicht so geil finde. 3DES ist relativ angreifbar, also er ist nicht wirklich sicher. Also zumindest wird er nicht mehr empfohlen, aber er wird vorausgesetzt, dass man den zumindest kann, klar. Aber man kann ihn auch leider nicht ausschalten deswegen. Und es wird kein AES 256 unterstützt und es wird generell nur der CBC-Modus unterstützt. Jetzt fragt ihr euch gerade wahrscheinlich, was zur Hölle labert der da gerade? Wie gesagt, hier ganz dringend meine Kryptografie-Reihe. Da wird alles bis ins Detail sozusagen erklärt, also was CBC genau macht und so weiter und so fort. Gegen CBC war tatsächlich vor kurzem mal ein Angriff verfügbar. Ich weiß nicht, ob sie ihn mittlerweile gepatcht haben, aber es gab einen kleinen Angriff dafür. Und deswegen sollte er auch eigentlich aus dem Standard von TLS entfernt werden bei der neuesten Version. Bei SSH ist er allerdings immer noch drin und das ist nicht ganz so geil. Vor allem, dass kein AES 256 verfügbar ist, ist auch nicht so toll, aber ja, es gibt ToFish 256, den habe ich jetzt hier mal ganz vorne hingeschrieben. Das hier ist der Algorithmus, den ich persönlich am ehesten wählen würde, auch wenn mich das CBC hier hinten dran ein bisschen stört aktuell, wegen dem Angriff, der da verfügbar ist. 3DES ist das, was im Standard als Required drin steht. Also der Standard ist hier der RFC 4253. Den könnt ihr euch auch wirklich da durchlesen. 3DES ist das, was man haben muss, wenn man SSH verwenden möchte. Das muss jeder sozusagen haben, weil es die schwächste Variante davon ist. Und AES 128 CBC ist das, was empfohlen wird. Was ich persönlich nicht wirklich empfehlen würde, weil 128 ist schon ein bisschen kurz. Aber man kann es auch benutzen, also es geht schon. So, es wird natürlich auch wieder ein Message Authentication Code berechnet. Den habe ich euch auch schon mal länger oder besser gesagt sehr lang und breit erklärt. In meiner Kryptografie-Reihe, den werde ich jetzt hier auch nicht mehr so genau reinmixen. Das ist was ähnliches wie eine digitale Unterschrift für die, die es nicht wissen. Eine digitale Unterschrift, die einfach nur einen symmetrischen Key braucht. Das heißt, ja wir brauchen keine Public Key Kryptografie mit zwei, also mit Public Key und Private Key, sondern wir haben wirklich nur einen Schlüssel, wie zum Beispiel Passwort. Und ja, damit wird dann eben eine MAC berechnet. Und zwar HMAC, das ist schon mal gut, über Shea1 oder über Shea1 96. Jetzt, Shea1 ist, also die beiden Varianten gibt. Es gibt tatsächlich in dem Fall auch nicht mehr. Was mich hier allerdings sehr, sehr stört, denn Shea1 ist jetzt nicht unbedingt die Hash-Funktion, die man verwenden sollte. Aber okay, Shea1 hier bedeutet erstmal, das ist das Komplette einfach, also ganz normal Shea1 benutzen. Oder hier diese 96 bedeutet, Shea1 benutzen und die ersten 96 Byte davon für den Message Authentication Code hier verwenden. Das heißt, hier einfach sozusagen den Rest hintendran abschneiden. Das ist der MAC dann davon, was natürlich in sehr, sehr viel weniger Sicherheit resultiert und was meiner Meinung nach auch nicht wirklich gut ist hier. Aber wir sehen, ich bin scheinbar nicht ganz so der Meinung vom Standard. Über Komprimierung haben wir uns auch schon mal bei TLS unterhalten. Da ist es besser, wenn man NAN benutzt und es gibt auch noch Z-Lib als Komprimierungsvariante. Wollte ich euch einfach nur vorstellen. Wie gesagt, bei Verschlüsselung könnt ihr hier noch ein bisschen mehr rausfinden. Da gibt es noch ein paar andere Algorithmen, wie zum Beispiel Blowfish, ist auch noch unterstützt. Und ja, ein paar andere Varianten von Twofish, also zum Beispiel eben Kürze. Und ja, es gab noch ein paar andere Algorithmen, die ich jetzt hier allerdings nicht aufgeführt habe. Genau, also alles in allem nicht wirklich starke Algorithmen, die man hier für die Sicherheit verwendet hat. Die man allerdings sehr, sehr dringend mal updaten sollte, meiner Meinung nach. Aber ja, das liegt natürlich dann auch immer so ein bisschen an der Implementierung. Im Standard steht zumindest drin, dass man die unterstützen muss. Man kann aber natürlich auch noch mehr unterstützen. Aber ja, die sind halt nicht offiziell dabei. Okay, so wie wird jetzt hier diese Verschlüsselung eigentlich gemacht? Und ja, das sehen wir erstmal, wenn wir eine Nachricht haben. Die Nachricht muss natürlich irgendwie übertragen werden. Das heißt, sie wird als erstes mal komprimiert. Einfach ganz normal komprimiert, diese Nachricht. Falls natürlich ein Nun bei Komprimierung ausgewählt wird, ist das einfach immer noch dieselbe Nachricht. Falls Zlib ausgewählt wird, ist es halt die Zlib komprimierte Nachricht. So, dann wird hinten dran erstmal ein Random Padding gesetzt, damit wir auch wirklich auf eine feste Nachrichtenlänge kommen. Und damit wir nicht irgendwie zum Beispiel manchmal 10 Byte haben, manchmal 500 Byte oder sowas. Wir haben immer genau eine feste Nachrichtenlänge. Das ist allerdings hier jetzt nicht irgendwie mit Nullen oder sowas, sondern es ist einfach wirklich ein zufälliges Padding. Und deswegen müssen wir natürlich noch angeben, wie lange dieses Padding ist und wie lange eigentlich das gesamte Paket ist. Und ja, dann müssen wir eine Sequenz nochmal vorne dran hängen, damit wir auch noch wissen, in welcher Reihenfolge das eigentlich alles sein sollte. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das ist dann im Endeffekt das, was wir schicken. Allerdings natürlich wird das Ganze hier verschlüsselt und ein Mac daraus gebildet. Wobei, Achtung, hier die Verschlüsselung berechnet sich aus Paketlänge, Paddinglänge, komprimierter Nachricht und Random Padding, während das Mac sich aus allem berechnet, das heißt auch aus der Sequenznummer. Das heißt, die Sequenznummer wird hier mit authentifiziert, aber nicht mit verschlüsselt. Weil ja, man muss natürlich diese Sequenznummer auch noch irgendwie dann lesen müssen. Das heißt, die muss im Klartext dabei sein. Also schicken wir im Endeffekt Sequenznummer, Schiffrat und Mac hinten dran gehängt. Ja, und das ist im Endeffekt so der Standard. So wird das eigentlich auch immer gemacht. Und ja, das unterscheidet sich auch nicht wirklich mehr von dem ganz Normalen. Wie gesagt, der Schlüsselaustausch, den habe ich mir jetzt hier mal gespart. Den kennt ihr mittlerweile zur Genüge. Ich will euch nicht hundertmal damit belästigen. Die Verschlüsselung an sich kennt ihr auch. Aber ja, jetzt wisst ihr hier, wie auch die einzelnen Teile dann eben verschlüsselt werden. Das passiert natürlich hier nur. Also Verschlüsselung und Mac passiert hier nur, wenn wir auch den Schlüsselaustausch schon hinter uns haben. Ansonsten natürlich nicht. Okay, und das war es mal wieder von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020